Er tut nur so. Entschuldigt, Freunde, ich müsste kurz mit meinem guten Freund Kyle sprechen. Arschbacken! Offensichtlich warst du gestern nicht bei der Schulversammlung. Man hat bei mir ein mentales Leiden diagnostiziert. Du hast kein Tourette-Syndrom, Fettsack! Oh, toll, du hast mich erwischt. Bravo, Kyle, bravo. Merkst du denn nicht, wie affengeil das ist? Das ist wie ein Zaubermantel, der mich gegen Bestrafung immun macht.